Sie wünschen sich eine erholsame Nachtruhe? Dann sind Sie bei Betten Wacker in Schöneich genau richtig. Bei uns dreht sich alles um den gesunden Schlaf. Wir bieten Ihnen hochwertige Schlaf- und Sitzsysteme, die wir individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen. Zusätzlich finden Sie bei uns eine exklusive Auswahl an Bettwäsche, Badematten und Heimdecken. Besuchen Sie uns online für mehr Informationen zu unseren Produkten und lassen Sie sich ausführlich beraten. Untertitelung des ZDF, 2020